ja freunde und schaut mal da ist ja der hammer habe ich so auch noch nicht gesehen in der größe schaut euch das an das sind baumpilze und zwar nicht so schlabberteile sondern das sind richtig große das sieht man aus der entfernung hammer und dazu brüllen lustig die föschel